Oh mein Gott, nice Jetzt kannst du, wenn du es schaffst, mich zu reviven, wäre es das Beste Ich habe gar keine Muni mehr Oh Gott Kurz gucken Oh, die Sliver beide auf dich Die Sliver steigen beide auf dich Hab ein Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video Es ist jetzt 4 Uhr morgens Und Trimings und ich hatten eine richtig krasse, spannende, knappe Runde Da euch die letzte Runde Beziehungsweise die letzten beiden Runden so gut gefallen haben Und ich oft auch in den Kommentaren gelesen habe Dass ihr mehr von ungeschnittenen Runden Beziehungsweise von weniger geschnittenen Runden haben wollt Lass ich euch die Runde so drin Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Runde Die hat echt Bock gemacht Wir sehen uns morgen im Livestream Reingehauen So gleichzeitig alle hochziehen Das ist total krank Vorhin das Geile ist, du machst Guides Und Guides, das ist ein Dauerbrenner Ja Die gucken sich auch noch in 2 Monaten an Das heißt, ich call alle, dass die alle Oh Gott, hier landet ein Gegner Scheiße Ja, hier landen viele Machst du einen down? Du hast einen gekeilt? Ja Sauber Komm nur her Irgendwo ist der andere auch noch Ich lass ihn doch extra Oh, da kommt er doch Wo ist er? Auf 60, 75 Auf 60, 75 Auf 60, 75 Au Okay Ja Nicht gecheckt, wo er war, aber gut Was findest du besser, ein Schuss oder Bewegung sind, da macht die halbautomatische halt auch richtig Bock Weil die pro Hit, was weiß ich, 65, 70 Schaden abzieht, ne Das ist ne Menge Klingt lässig Du ein cooles Sturmgewehr? Äh, ich hab ne Pump, hab ich Oh, ich hab noch Schüsse hier Hier die Schüsse Oh, nice Mega Ach, guck mal, schon wieder beste Voraussetzung Gute Waffen Volle Rüstung Ist das mein erstes Duo? Wir haben ne Sniper Ich schon mal ein Duo gemacht? Ich weiß es gar nicht Ja, mit Hand of Blood Noch nie ein Duo Nein Nee, wollte ich mal Geil, komm Dann jetzt dein erstes Duo und direkt erster Win Mal gespannt Bin wir doch im Wald Wir haben 17 Leute jetzt noch Und Zone ist klein Also jetzt müssten wir auch langsamer was sehen Kann nicht sein Stimmt, das ist Ich baller sonst mal mit der N16-3 Magazine drauf Schüsse direkt vor uns Wir können das clever angehen eigentlich Geh die Gegner gar nicht Da oben drin Die sind halt, wollen wir angreifen Die schießen auf uns Clever Wie konnten die uns denn spotten? Geh defensiv Ja, ja Oh, ist aber Das war keine gute Ausgangslage hier, ne? Nee Vor allem gleich, wenn die in Zone kommt Wird das Ja, dann müsst ihr echt rein Oh, lol Der Snipert voll auf den Lkw hier Wir könnten versuchen zurückzurennen Ja, komm Um den Hügel herum Weil wir können nicht von der Seite da ran Das geht nicht Sterben wir Sterben wir einfach wie die Fliegen weg Haben wir Gegner gefunden Und die haben wir Die sind nicht ohne da Über die Brücke Lauf wir hier runter Warum? Hier, Max, die sind vor mir Scheine ausgenockt Komm nicht da hin Die Zone kommt Wo ist der andere? Tot Beide gekillt? Ja Was soll ich sagen, Alter? Komm hier nicht hoch Vielleicht sterbe ich jetzt hier, oder was? Ja, hier geht's hoch Hab in die Zone Komm Lass weiter Wir müssen in die Zone irgendwie kommen Wir haben da echt einen guten Spot Schon wieder die nächste Ist aber auch hardcore Wir haben dann natürlich halt einen harten Spot oben, ne? Ja, der ist echt nicht ohne Vor allem Wir haben Keinen Kätenwerfer Oh, lol Die Snipert ganz doll Lol Von oben auch 150 In die Tanke, oder wohin wollen wir? Wir können erstmal in die Tanke Bauen wir uns ein bisschen mit Fallen zu Gegner direkt Und 210 Ja Was so tun, als ob wir hier nicht drin wären Lass erstmal gucken, was passiert Wir haben Zeit Wir leben auch nur noch 5 neben uns Chillig Ja Du find ich echt Entspannt irgendwo Ja, ich mag nur am allerliebsten Das ist viel mehr Ruhe Ich brauch auch mal ne Falle 210 sind sie wieder Oh, alter 210, 210 Treffer Treffer Freitreffer Schild komplett weggenommen von ihm Aber wir müssen weiter Das wird jetzt das Problem sein Also die sind Wie kommen wir da hin? Wo bist denn du gerade? Auf dem Haus von mir? Ja, ich bin oben drauf Da oben snipert die ganze Zeit einer Ne, die snipern da wie die wilden Oh mein Gott, der hat mich getroffen Weiß auch wo ich bin Wir müssen weiter Zeit Ja Die müssen auch los Vor allem die aus Westen Machen mir Sorgen Hab einen ausgenockt Hab einen ausgenockt Dann durch die Häuser Go Nicht rennen Sind runtergegangen Die laufen, die laufen, die laufen Wo sind die denn? Die sind jetzt vom Westen Richtung Zone gelaufen Jetzt sind sie auf vollkommen offener Fläche Wir sind am Loot Hab einen oben ausgenockt Freitreffer Hab einen ausgenockt Nice Hab beide Nur noch die beiden oben Ne, drei leben noch Läuft Ja, da oben hab ich Den hab ich ausgenockt Der lässt die Zone klein Wie kommen wir denn da hoch? Oh mein Gott, der hat angeschossen Hilfe Oh mein Gott, der hat noch einer gelebt Ich verkrieche mich Westen, Westen, Westen ist der Scheiße, kriegst du den getötet? Wo ist der denn? Oh, Westen Auto Der ist ja nicht ganz Oh mein Gott, nice Jetzt kannst du, wenn du es schaffst Noch nicht zu bewalten Wer ist das Beste? Ich hab gar keine Muni mehr Oh Gott Wollts gucken Oh, die sniper beide auf dich Die sniper sniper beide auf dich Oh mein Gott, was für ein krankes 2 gegen 2 Oder nicht? Oder nicht? So ein Glück noch ein Medi-Pack Ich hab noch so ein Mini-Schild-Regenerationstrank, wenn du Bock hast Oh Gott, die bauen sich da hoch Alles gut Wollt ihr den Job mit diesem Trank? Kannst du ja auch selber reinhauen, wie du willst Okay Okay Ich muss nur jetzt in die Zone Leute, ich hab keine Muni mehr Ich hab auch keine Muni mehr damit nicht Da ist mir grad ein Drop runtergekommen Da war's drin? Raketenwerfer-Munition? Oh mein Gott, nice So ist Raketenwerfer Nice, hat das geplatzt? Ist einer runtergefallen? Ja Einfach ein unfassbares Ende Wie ich da noch den Rocket Launcher aus dem Airdrop ziehe Und damit noch das Spiel gewinne Ich hoffe, euch hat das Game gefallen Schreibt mir bitte in die Kommentare Für was ihr das nächste Mal ein Guide wollt Ich schau wieder in die Kommentare Entscheide das danach Kuss aufs Auge Bis morgen